Die Welt der Jubiläum feiert. 100 Jahre Buddenburg. Wir leben! Ich habe in den letzten Tagen oft in ein türkisches Sprichwort gedacht. Wenn das Haus fertig ist, so kommt der Tod. Der Tod? Was redest du da? Der Rückgang. Der Abstieg. Weißt du noch? Bei Hannes Taufe und da sagtest du, jetzt beginnt doch immer deine ganz neue Zeit. Aber du stehst doch glänzend da. Strahlt, Tony. Wie dieser Stern da oben am Himmel. Und du weißt nicht, ob er nicht gerade am Erlöschen ist, wenn er am hellsten leuchtet.